Jo, Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Rayman Origins Die Flickerschusterei Ja, ja, ich will gar nicht bitten, was der Kleine bei der... Lassen wir das, okay Wir gehen ins nächste Level und Jawohl, das dürfte nicht allzu kompliziert werden, hoffentlich Weil das ist halt diese Brücke wieder Wobei es sieht schon gut gemacht Du hast genug Elektrons gerettet, um den Pfad zu reparieren Und endlich eine neue Welt zu erreichen Das sieht schon irgendwie... Crassy... Aus Alter Falter Ist ja mal gar nicht bekloppt, ne? Den will ich auch noch Nein, komm jetzt her Nein Moment, wir müssen das... So Da ist ein Lümmel Uns fehlen bestimmt hundertprozentig zwei Stück, zwei Lumes Um, äh, ja, beide Elektrons zu bekommen Was sag ich? Zwei Stück fehlen Ey, komm, das ist nicht wahr, ne? Jetzt mach sie nicht ins Hemming Zwei Stück Das machen wir nochmal neu Jetzt mal ehrlich, so geht das nicht Jungens, so was kann man nicht abliefern Muss ich da alle kriegen? Ich hab das gefühlt Scheiße, ey Nein, das wird... Ja, das nehmen wir nicht Ich will das aber jetzt auch Unbedingt Schaffen So Jetzt warten wir das erstmal ab So Ich bezweifle leider, dass das diesmal klappen wird Wir haben einfach zu wenig, ähm Ja, bekommen, während sie rot sind Das ist halt immer so eine Scheiße hier Und ich glaube, das gibt einfach mehr Punkte Sodass uns jetzt diesmal sogar drei fehlen Ne, zwei immer noch Einer nur Nein Das ist nicht Wieso passiert das denn immer? Und das muss nochmal gemacht werden Das geht nicht Ich komm Ja, ja, ja Ich will das gar nicht sehen 200 bräuchte ich nur, um die Medaille zu bekommen Naja, die, äh Upsala Nein, ich will doch gar nicht weiter Nein Wir müssen dieses Level nochmal machen Siehste, der eine fehlt nämlich auch noch Damit wir da oben das machen können Dieses Bonus Level da wieder Oder wie man das auch immer nennen mag Scheiße Okay, hier muss ich mal überlegen Wie wir das am besten machen, ey Ich bin mir doch echt noch nicht schlüssig Okay, es geht also nur gleich, wenn sie jetzt wiederkommen Fuck Fuck Ich glaub einfach, wir haben Jawohl Jawohl Oh, ey, endlich haben wir das geschafft, ey Komm, dann brauchen wir den jetzt auch nicht mehr Kriegen wir sowieso nicht voll Aber wir haben die 175 geschafft, ey Juhl 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 Boah, ey Ey, das wäre echt ärgerlich gewesen, wenn man das jetzt nicht Nicht gekriecht hätte, das wäre auch kacke Was will man denn ja auch schon haben Okay, weiter geht's Glückwunsch Neuer schicker Schatz In Leckermaulland freigeschaltet Leckermaulland Da gehen wir doch mal gucken Das wird mir so kackenschwer Die Elektrons können den Weg freimachen Und die Scheißarbeit müssen wir trotzdem wieder erledigen Die große Sause Och nein Auch noch auf Eis Neun Okay, wir hätten das kaputt machen müssen Ich hab überlegt, ob wir da vielleicht so durchkommen Verdammt Okay Aber ich finde, dass beim zweiten und dritten Mal sowieso besser Weil man dann nicht da so Scheiße, er stoppt eigentlich Schöne Wurst Okay, soviel zu dem Thema Nein, da hab ich vergessen zu springen Das gibt's doch nicht Nein, was ist das denn? Ich vergesse da immer zu hüppen, ey Da gibt's nicht Scheiße Okay Versuch Nummer 100 Das gibt's nicht, ey Ich könnte kotzen manchmal Na, komm Boah, jawohl, wir haben's gut geschafft Das wär's gut Ey, das wär's gewesen, wenn ich jetzt noch ins Wasser geplumpst wäre Ey Boah, derhände ich glaube, ich jetzt am Anfang gekriegt Puh von zehn und ich gehe mal hier kurz zurück und richtung der träume an der stelle würde ich dann auch sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal in dem level wer den aal hat hat die qualen da sehen wir uns wieder und bis dahin auf wieder schauen